Moin Leute! Was geht mal wieder? YouTube Gamescom ist hier am Start und so und wir spielen heute mal frei für alle. Mit dabei, der Dennis Palla und der Hacki94. Yo! Und wir machen heute frei für alle. Das bedeutet Sniper. Haben wir mal beschlossen und ihr wisst ja, ich bin absolut nicht der Sniper. Schütze! Fuck! Digga, was läuft, Alter! 100 Punkte! Tödliche Präzision, Alter! Boah! 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 Boah, ne, Digga! So, guck mal, Hacki94. Alter, es geht! Hardliner, hab ich dabei, Alter. Andere Perkert hab ich gar nicht mal kannt. Boah, den werde ich jetzt zeigen, ja. Haben wir den Sniper ausgemacht. Machen wir auch Sniper aus, so. Püßel dich noch nicht. Ah, da hinten! Da hinten ist er! Ja, ich hab's schon erkannt, Digga. Ich hab dich erkannt als Punkt. Jetzt muss ich dich nur noch ausknipsen, präzise. Scheiße, ein bisschen durch. Digga, wo hast du dich versteckt? Gehen wir mal in den Trainingsraum rein, so. Guck mal oben an der Brücke vielleicht. Hallo? Ja, meinst du... Boah! Scheiße! Was geht ab, Digga? Ein Picasso! Ups, den kann ich zerstören. Ah, ich weiß, wo du bist, Digga. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du fertig, Digga. Da haben schon viele versucht hinzugehen. Ne, da ist er auch nicht. Scheiße, Digga. Der Schiff ist so groß, Digga. Aber ich finde ihn nicht. Aber den werde ich mal schön... Den werde ich mit Blei durchsieben, Digga. Wenn der in meine Flinte läuft, Digga. Der kriegt erstmal hier zwei Kugeln, Digga, ab. Der kriegt zwei Kugeln ab! Digga, nein! Boah! Hacky94 hat mir da... Äh, was war das? War das die S-Mine, Alter? Ja, ich weiß nicht. Da haben mich mal gezockt. Der haut da oben irgendwo. Geh mal schon mal der Sniper hin. Achtung! Alter, wo sind die, Digga? Boah, jetzt hab ich dich! Perfekt, Alter! Mit der Akimbo ausgeschaltet. Die K.A.P. 40. So, jetzt nehm ich wieder Sniper. Die Chance konnte ich mir nicht hingehen lassen, Digga. Sorry. Ah, du Sau! 100 Punkte! Friss Blei, du Arsch! So. Knarre durchlade. Fertig, zack. Wieder Akimbo rein. Und jetzt sind wir nach vorne, Digga! Jetzt bist du fertig, Digga! Boah, du Sau, Alter! Was hast denn du dabei gehabt? Oh, du willst! Du willst Stress, Alter! Jetzt kriegst du Samen, Alter! Oh, je! Jetzt bist du dran! Scheiße! Verbindungsproblem! Alter, dem zeige ich es ihr. Der sollte mal an der Akimbo fressen. Oh, da oben ist er! Da oben ist er! So, jetzt platziere ich erstmal hier diese S-Mine. Oder wie die heißt. Geht er rein. Wir haben ihn schon entdeckt, den Digga. Den Digga, den Digga. Den Digga, den Digga. Den hab ich schon entdeckt. Hey, du Gimmler! Ja, Mann! Ja! Schuck, Alter! Boah! Scheiße, Alter! Boah! Was hat denn mit aus? Hat er mich jetzt ausgeschaltet, Alter? Boah, Alter! Mit der MG! Was geht? Was hab ich jetzt hier unbedingt? Alter, was ist das? Boah, das ist ne neue Sniper mit Laser. Boah, Alter! Du Homo, jetzt bist du dran, Alter! Jetzt mach ich die mit der gleichen Waffe fertig. Boah, jetzt hab ich voll das grad voll, voll das Verbindungsproblem gehabt. Verbindung unterbrochen. Ey, ich zuck was dann weiter. Jetzt hab ich nur noch den Dennis drin. Alter, den mach ich fertig, Digga. Der mach ich fertig. Alter, den mach ich in der Sniper-Karte, ja. Persönlich. Chef, persönlich mach den fertig. So, ich muss ihn erstmal finden. Alter, wo bist du, Digga? Ah, nein! Das war's eigentlich schon wieder von YouTube Gamescom auf der Playstation Reihe. Ich hoffe, es hat euch geballt. Dennis Paller gewinnt als zweiter YouTube Gamescom. So, Dennis Paller mit 8 Kills, ich mit 5 Kills. Abschlachtung, Dennis Paller 8. Ich 5. Tode, er 4. Ich 7. Volltreffer, er 2. Ich 0 Punkte. Er 800. Ich 500. Und ich sag nur tschau. Bis zum nächsten Mal. See you later, alle Gäder. Euer Dennis Paller. Tschau! 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 Tschau!